Witz! Jetzt sagst du, erzähl ich. Das Dächterl von der Kundschaft hat so eine Armbang gehabt, nicht? So ein Silberns mit Anhänger dran, wisst ihr schon? Das war plötzlich verschwunden. Jetzt wird's spannend. Ui! Ich bring gleich ein Ei-Birn. Ich hab überall gesucht, nix. Und wie der dann allein war mit dem Pummel, da fragte er, was er hat. Hat er mich nicht scheinheilig angeschaut. Und dann hab ich das Keterl in seinem Bett gefunden. Gehört's doch auf! Wir sind doch kein Ketergarten. Ich sag's ja bloß, damit der Bärenbacher weiß, was ihm bevorsteht. Ich werd mal den Pummel heute Abend fragen, ob das auch wahr ist, Eder. Ja, fragen. Und sag ihm gleich, ich wünsch ihm einen guten Aufenthalt bei dir. Schaut's den Bärenbacher an! Der ist im Stand und glaubt!